Also Insma Sport ist ein Sportreiseveranstalter, spezialisiert auf Kite-Reisen und vor allen Dingen Tauchreisen. Dafür stehe ich jetzt hier stellvertretend und im Prinzip sind wir auf dem gesamten Globus mit Sportreisen, Tauchreisen vertreten. Ich war gerade und fahre auch dieses Jahr wieder oder fliege viel mehr nach Ägypten, natürlich das klassische Taucher-Ziel schlechthin. Und für alle, die jetzt sagen, ich möchte nicht so lange im Flieger sitzen und möchte eine traumhaft schöne Unterwasserwelt, ist nach wie vor Ägypten sehr empfehlenswert. Ja, das ist natürlich erstmal eigentlich sehr schade, dass die Medien das so pushen oder so aufbausen. Also ich war jetzt gerade erst in Ägypten, das ist noch gar nicht lange her, es ist sehr, sehr ruhig, ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt, sowohl am Strand als auch in den Städten. Ich war natürlich nicht in Kairo, aber da möchte ich als Taucher ja auch gar nicht hin. Und ich würde mich einfach freuen, wenn auch andere Taucher wieder den Weg mehr nach Ägypten finden, weil im Moment ist es optimal. Also es ist nach wie vor ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben unheimlich ruhige Tauchspots im Moment, weil eben nicht so viele Leute da sind und man kann sich absolut sicher fühlen. Also ich hoffe, dass das dann auch bald wieder mehrere tun und nicht nur ich und andere unserer Kollegen.